Du solltest nicht so stark auf mich gehen, Phelps. Wir arbeiten mit dem Verständnis, lasst ihn mit dem Rest. Geil. Ziel, einen Verdächtigen des Mordes beschuldigen. Sind sie bereit? Boller sind in zwei und die Pervert sind in eins. Geht in da und kriegt eine Verwaltung. Ja, machen wir. Jetzt wird's also ernst, wir könnten den Falschen erwischen. Kapitän, wir waren auf unserer Weg, um Eli Rooney zu interviewen. Ja, Phelps, ich weiß. Nein, dieser spezielle Fiend ist ein altes Wettbewerb. Ich habe versucht, seine Verwaltung in einem schweiflichen und schrecklichen Gott zu reaffirmieren. Jedenfalls, wie es geht, werde ich persönlich mit ihm dealen. Du siehst, wie du es aufhörst. Siehst du mich, um deine Sympathie zu fragen? Du bist auf deinem Glück, Eli? Ich hatte es schlimmer. Meine Familie hat einen Rettkill in der Duskball. Aber du hast einen Job. Ein Parolele muss einen Job haben, richtig? Ich habe einen Job hier in San Pedro. Ich bin mir etwas Neues. Kann, das ist wieder sowas, ich weiß nicht, kann halt stimmen, muss aber nicht, ne? Natürlich ist es falsch. Ich habe einen Job hier in den Boat Yards. Ich bin ziemlich gut mit meinem Hand. Oh Mann, nein, das ist das. Hast du einen von Ihren Verletzungen verabschiedet, Eli? Es ist nicht so schön, sie zu sagen. Was würdest du sie sagen? Ich kann nicht sagen. Ich habe lange Zeit gelernt, nicht zu sprechen über die Dinge, die ich mag. Es scheint zu sagen, die Leute zu sagen. Answer die Frage, Rudi, bevor ich dich schaffe! See, was ich meine? Die Antwort ist, ja. Hast du eine Befehlung über die Rope, Eli? Ich weiß, eine gute Rope von einer schlechten Rope. Aber das ist, was du meinst. Das ist nicht, was du meinst, oder? Welche alten Rope wird mir gut machen. Hast du dich auf Hause gemacht? Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was wir für Beweise haben. Seil. Ein Stück Seil mit Blutflecken gefunden im Kofferraum von Deirdre Mullis Wagen. Dann nehme ich einfach mal Lüge und nehme den Beweis. Es kann auch sein, dass es wieder voll nach hinten losgeht. Aber wisst ihr, eigentlich ist es mir mittlerweile wirklich fast schon egal. Du leistest, Eli. Du bist eine Kreatur des Habit. Du gehst einfach aus dem Kofferraum und gehst zurück zu deinen alten Wagen. Du benutzt einen spezifischen Rope. Das ist vielleicht der Fall. Aber du hast nichts, das sagt, dass ich eine Rope benutze, um die Frau zu verhören. Oh Mann. Ich denke, du solltest mich gehen lassen. Ist es mir Geld gekommen, um die Butterfliege zu finden? Du hast die Frau Müller gebeten und sie gebeten. Entschuldigung. Das ist nicht so. Ich habe nichts damit gemacht. Du bist ein Lüge, Eli. Du brauchst das Geld, damit du sie verholt hast. Ich bin ein bisschen dabei, Junge. Hast du ein bisschen Beweis, um zu prüfen, dass ich die Butterfliege von der Frau verholt habe? Nun, ist es ja sinnlos, den jetzt einfach zu nehmen, oder? Ich meine, da kann ja theoretisch auch abgefallen sein. Und das mit dem Geld ist ja Unsinn, denn das Geld war ja noch im Dings drin, im Portemonnaie. Ich lass das mal. Es ist nichts persönlich. Ich bin nur noch an meinem Job. Du verstehst das? Sie versuchen mich zu verhören? Soll ich jetzt Wahrheit nehmen und... Fuck, ey. Ich habe keinen Bock, das komplett zu verkacken hier, ehrlich gesagt. Komm, lass mal her. Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, ihr seid ein paar Arschgesichter, mir die Lüge rauszunehmen. Was soll denn das? Das weiß ich auch selbst. Ich habe doch gesehen, dass es nicht passt. Oh, dieses Spiel hasst mich und ich beginne langsam auch es zu hassen. Verzeihung. Muss ja mal raus hier. So, was nehme ich denn jetzt? 50-50 Chancen. Schön. Ich weiß doch, dass ich immer das falsche nehme. Natürlich. Wie viel sollst du dir selbst bezahlen? Ich habe mir eine Pension aus dem ersten Krieg. Es ist nicht viel, aber es bezahlt sich einige. Wir müssen nochmal starten, aber wir machen einfach nochmal hier an der Stelle nochmal. Es ist ja sinnlos, wenn ich jetzt alles falsch habe, dann beenden wir den Fall nicht. Und ich würde schon gerne den Fall beenden. Das ist so ein bisschen blöd. So, fortsetzen. Da müssen wir theoretischerweise wieder im Revier rauskommen, würde ich denken. Ist zwar Cheating, ist mir jetzt aber scheißegal gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel zwingt mich ja fast schon dazu. Es bringt mich auf die Palme und dann musst du halt irgendwie gucken, wie du kommst. Ja, weiß ich doch. Schön. Also, lass loslegen hier. Wo war denn das? Drüben? Ah, hier. Okay. Ja, kennen wir bereits. Schön. Diesen speziellen Feind ist eine alte Beine. Aber wir können es auch nicht wegmachen. Ich habe versucht, seine Hoffnung in einem schrecklichen und schrecklichen Gott zu reaffirmieren. Jedenfalls, wo es geht. Ich werde persönlich mit ihm dealen. Na gut, dann machen wir das mal zum zweiten. Du siehst, als ob du es krass gehabt hast. Du siehst mich, um deinen Sympathie, Junge? So, nochmal die Arbeitsstelle. Ich bin auf deinem Glück, Eli. Ich hatte es schlimmer. Meine Familie hat einen Rollkirche während der Schrauben. Aber du hast einen Job. Ein Parolier muss einen Job haben, richtig? Ich habe einen Job in San Pedro. Ich habe etwas Neues. Offenbar müssen wir dann das jetzt anzweifeln, denn vorhin habe ich ja die Wahrheit genommen. In diesem Ort, wo du gearbeitet hast, hat einen Namen? Hennessey Marine. Wirklich? Du kannst dich nicht missbrauchen. Big yellow letters H.M. Ah, okay. H.M. 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 あ.M. H.M. H.D W. H.M. M. H.M. H.M. Sorry, tut mir leid, dass ich mich so viel aufrege. Gut, vorhin haben wir die Lüge genommen, das hat offenbar nicht funktioniert, warum auch immer. Für mich war das eigentlich relativ passend, dann nehmen wir mal anzweifeln, würde ich sagen. Mrs. Muller wurde mit einem Krippel-Brad. Gib mir was, Eli. Ich mag Brad, aber ich habe die Frau nicht aufregen. Du hängst das nicht auf mich, Partner. Das ist doch bescheuert. Was soll's? Also ich... Ich weiß nicht, also für mich war es naheliegend, dass das... naja, was soll's. Egal, ich... ich höre auf mich drüber aufzuregen, ich nehm's jetzt so hin. Ich nehm's jetzt so hin. Du hast Mrs. Muller und sie verdammt. Das ist nicht so. Ich habe nichts davon gemacht. Kannst du dich anzweifeln? Habe ich davon die Wahrheit genommen? Ich glaube schon, ne? Also anzweifeln. Du hast keinen Job. Und nicht, woher zu leben. Und du brauchst Geld. Du warst vorhin, Eli. Wer glaubst du, dass ein Jury glaubt? Ich war in Probleme für andere Dinge, aber ich habe nie jemanden gekämpft. Ich sah das Auto, das kam in der Parkplatz, das letzte Nacht. Der Mann wurde hier geändert und hat seine Kabel in den Trunk. Ich sah ihn, die Butterfliege in die Lamp-Light, und er fußt raus. Der Mann war so cool, wie er magst. Und ich ging über und habe ihn abgeholt. Ich mag dich nicht, Eli. Ich glaube, du bist ein schweizer Mann. Ich glaube, du versuchst, deinen Schmerz an andere Menschen zu spüren. Ich kann dich nicht für diesen Fall machen. Aber meine Konzellation ist, dass ich nicht glaube, dass du sehr lange aus der Präsenz sein wird. Du kannst auf das Schmerz beteiligen. Bei dem Weg, Eli. Der Kapitän in der Hatsquad würde gerne mit dir sprechen. Habt ihr eine Idee, was sie darüber reden wollen? Ich glaube nicht, dass er der Mörder ist. Mit dem Geld? Hugo Moller ist unser Nummer 1 Suspekt. Die Beweisung ist solid. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir ihn mit ihm treffen. Moller ist der eigentliche naheliegende Treffer. Und ich glaube nicht, dass der das wasser ist. Er hat Geldprobleme, aber dann hätte er das Geld aus dem Portemonnaie des Opfers genommen. Das hat er nicht. Und mit dem Seil, ja gut von mir aus. Na gut, los geht's. Warum verbringst du deine Schuhe, Hugo? Weil ich wusste, dass du mir nie glaubst. Okay, die blutigen Schuhe. Ja, er weiß ja, dass es blutige Schuhe sind. Das ist Unsinn da irgendwie. Was soll ich denn da jetzt nehmen? Ich weiß es nicht. Mann, nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach, Mensch. Hm. Also ich glaube ja... Wie gesagt, ich glaube, dass der andere nicht der Mörder ist. Deswegen nehme ich mal anzweifeln. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ernsthaft. Das Spiel bringt mich noch zur Verzweiflung. Deine Frau war mit einem Tire-Iron, Hugo. Eine richtige Wahl für eine Mechaniker. Ich weiß nichts über Tire-Iron. Er weiß nichts darüber. Ja, wir haben doch... Steht der hier mit drin? Ja. Die Frage ist, äh, haben wir irgendwie mal nachgeschaut, was es mit dem... äh, mit den Initialen, die da drauf waren, auf sich hat. Nein, haben wir nicht. Ich nehme den jetzt aber trotzdem mal. Na, das klang aber, als ob er schon ziemlich schuldbewusst wäre. Also lass uns den mal nehmen, hier. Ah, Chrysler. Ah, Chrysler. Ich glaube, das erklärt, warum das Tire-Iron, das deine Frau verletzt hat, kam von einem Chrysler. Gut, das war's also, was es damit auf sich hatte. Wunderbar. Hat wenigstens das mal geklappt. Ist ja schön. Also haben wir hier tatsächlich unseren Schuldigen sitzen. Kennst du irgendwas über Tire-Iron, Hugo? So viel als der nächste Mann. Ich war ein Scout. Ich habe etwas mehr in der Armee gelernt. Hast du gelernt, mit der Tire-Iron in der Armee zu strengeln? Mit einer Rope, mit meinen Händen, aber vor allem mit einem Wirt. Ich habe viel gelernt in der Armee gelernt, aber ich habe noch keine Frau zu töten. Für die Argumente, welchen Rope würdest du benutzen? Wenn ich hatte, würde ich eine Triple Braid nutzen. Lass flex, einfacher zu kontrollieren. Wir haben deine Frau's Auto. Someone parkiert es in der Schule late in der Nacht. Hast du etwas zu sagen? Das war nicht ich. Wo hast du deine Arbeit geschlossen? Ich habe sie in meinem Lager gehalten. Es macht ja keinen Sinn, dass der Overall von dem anderen ist und das hier von ihm. Enough lies, Hugo. Deine Overalls haben dich in der Szene des Krieges letzte Nacht. Meine Overalls sind in der Lagerung des Hauses. Ich nehme den mal. Mal sehen, ob es passt. Ich weiß es nicht. Green Overalls. Bloodstained. Mit den Initialen H.M. In der Trunk des Hauses. Hugo Muller. A-H-M. Stimmt. Sie können nicht meine. Warum, Hugo? Weil, wenn sie deiner waren, wären sie auch in der Incinerator. Hugo Muller. Ich scharfe dich mit dem Mörder von deiner Frau. Ihr wird verabschiedet und ihn bevor eine große Juristin nehmen. Schreib ihn, Rusty. Mit Freude. Was? 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 Ich soll mich sagen, dass ich mich nicht befreundet. Ich stand in fronte einer Truppe von Rapporteur und habe mir promisee. Promete von schwimmt und schuldig retributung, und du bringst mir eine Armstelle von Vagrie und Verkaufheit. Du hast mir eine Verkaufheit gesehen gemacht. Was? Ich verstehe es nicht. Sorry, ich verstehe es nicht. Ich muss jetzt Streife fahren? War das jetzt elf gemeint? The Golden Butterfly. Naja, neun von 15 Fragen, richtig, okay. Elf von zwölf gefundenen Hinweisen. Es ist wieder einer verloren gegangen. Hugo Moller steht eine Modanklage bevor und Michelle denkt über ein Leben als Weise nach. Denkt über ein Leben als Weise nach, okay. Äh, mal ehrlich, ich verstehe es nicht. Ungebührlich einsternen, okay. Wenn ihr meint. Also, im Wagen der Frau haben wir das passende Mod, äh, die passende Modwaffe gefunden. Sowohl das Seil als auch, äh, das, äh, die Radmutter, ne, den Radmutterschlüssel da, den sie gemeint haben. Was passt? Ähm, der Overall passt. Also, das hat doch funktioniert. Was, äh, also, der, der, der Typ, der wäre doch nicht rangekommen an das Ganze. Und der Typ hätte auch das Geld aus dem, aus der Tasche genommen. Warum hat das denn jetzt nicht, also, warum sind die Beweise denn da jetzt so vage? Das, das verstehe ich gerade nicht. Das leuchtet mir absolut nicht ein. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also, die Spiellogik macht mich wahnsinnig. Die macht mich echt wahnsinnig. Lass weitermachen, ist egal. Hey, nur ich Blender, weh. We captured two regular Army. Lieutenant. Well, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting your signs of brand. I'm in charge here, Metier. Do you wish to interrogate the prisoners? I know they're beat. Why they look so solid? They're wondering why we haven't killed them yet. There is no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy. I just seem to know what he's doing. What's the name? 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 It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect. We're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir. These bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do, if another country denied us the gas to run our cars? Tja, er wusste halt ein bisschen besser Bescheid als die meisten, der Seidenstrimpfen würde. Ah, Phelps. Ich war gerade mit Finnbauer hier gesprochen, wie gut du warst. Hab einen Satz. Ja, mein euren Namen. Und du kannst einfach alles über ihn vergessen. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is holy. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The D.A. couldn't be more pleased with the evidence, the witness and the lack of another lie. Now, get out there and catch me over, Sinan. Auf einmal war es doch genug. Erstaunlich. Man muss es nicht verstehen. Also, das Spiel ist ein bisschen merkwürdig. Keine Ahnung. Ach, naja. Was ist das? Gut, Tatort in Downtown untersuchen. Malen etwas andere, beginnen nicht im Revier. Und ich glaube, an der Stelle beende ich wirklich mal die Aufnahme, weil ich gerade so einen Punkt erreicht habe. Es ist ein Punkt der Frustration, in dem es mir vollkommen egal ist, was rauskommt bei den Antworten. Weil es, ja, also, ihr könnt mir ja sagen, ob ich irgendwas grundsätzlich falsch mache oder ob ich mich einfach immer in den Situationen punktuell dämlich anstelle. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht habe ich aber auch irgendeinen grundsätzlichen Denkfehler immer drin. Ich weiß es nicht. Falls ihr irgendwie denkt, hey, du machst an der Stelle immer irgendwie totalen Schwachsinn, sagst mir bitte. Ich habe keine Ahnung. Aber mit den Befragungen, ich weiß nicht. Ich verstehe nicht, wie das Spiel von mir erwartet zu denken. Ich rede gerade, deswegen warten wir. Ja, und dann, gut, hat jetzt mal wieder nicht geklappt. Kotzt mich an wie Sau, weil es schon der zweite Fall ist, den wir versaut haben. Aber was soll's, wir kommen weiter in der Story, ist mir jetzt wirklich egal gerade. Was soll's, beim nächsten Mal wieder mit ein bisschen mehr Alarm, ein bisschen mehr Frische. Ich nehme mir ja jedes Mal vor, diesmal rockst du das Ganze und ziehst es richtig gut durch und hast richtig Spaß dabei. Leider klappt das nur nie, weil dann immer irgendwas kommt, was mich total runterzieht. Und, äh, ja, naja, was willst du machen, ne? Gut, okay, beim nächsten Mal klappt's dann trotzdem besser, bin ich mir sicher. Also, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Adieu.